Ich glaube, er hat gesehen, dass er es rauskurven muss. Ja. So, ich bin nicht ready. So, liegt wieder. Wir haben ein Mord begangen. Wir können jetzt wieder Bombe platzieren. Zweitens bei... Ah, Reinforcer. Ja. Und Spice. Ja. Der eine Spy wartet auf den anderen Spy. Geil. Was machen wir? Sollen wir die Spy gleich töten? Ein kurzer... Wala, lass sie mal. Okay. Kurz, wollt ihr gleich noch die zwei Waffen abholen, oder? Ja, ja. Ich habe nicht im rechten Spy gerade Geld geflogen. Ich weiß nicht, ob der mich nicht gesehen hat. Sehr gut. Pass auf, Wolf. Warte mal. Ja, weißt du. Okay, jetzt kannst du. Da ist er in die Bank gelaufen. Weiß ich, ob der mich nicht gesehen hat. Oh. Hier. Hier, kommst du neun. Ah, da unten ist der Tresor nicht offen. Ja, ja, aber oben. Kommt man das rot rüber? Ja. Was, da ist das bei? Der geht in Richtung Gebären. Ähm, nochmal kurz. Ich packe das Ding da ins Eck. Ist es der erste oder der zweite? Der hat ja jetzt nicht seinen Dings gegangen. Das ist seine Münze. Dann habe ich ihn, dann habe ich ihn. Den zwei bei mir. Wahrscheinlich. Joker, wo bist du? Ne, doch nicht. Wenn du Bock hast, kannst du mal hochkommen. Ist das bei dir? Rote Weste ist auf jeden Öpferl und kann nicht sagen, ob es ein Spiel ist. Ähm, Winnie? Ja. Ich wünsche mir bitte den Juwelier. 20 Sekunden. Okay. Das ist ne gute Hunde. Äh, der eine kommt runter, pass auf. Ja. Ah, sorry, habe ich zu spät gesehen. Wöscht. Mir ist ein Spanerfurt zu ausenden Dingern. Oh mein Gott. Ich mach mal. Er sneakt auch noch auf dir. Soll ich auf ihn schießen oder nicht? Oder kann noch einer runterkommen? Ja. Er kommt gerade Richtung zu dir. Gut. Ich habe mal ein Bestes probiert. Gucken wir mal, das geht mit dem direkt. Wir warten noch mal ganz kurz hier. Und tun. Ein Turm, ja. Äh, was bringt der Turm? Der tasert dich. Können wir den kaputt machen oder? Er kommt runter. Oh, sorry. Gut. Gut. Äh, ich bring mal das Geld direkt weg von ihm. Jo. Ich mach auch mal direkt, äh, auf dem Dach die Camps aus. Jo. Oh, campst du denn aus? Ähm, ich nimm mal überall oben noch das Geld mit. Ach, das funktioniert es, dass du mehr bekommst. Ähm, kann ich nicht beantworten. Ich achte, da ruft gerade nicht ab. Das ist nur mit der Roli. Kannst du noch kurz oben die letzten Hacken? Ja, ähm, ansonsten lass mal das Geld oben und komm runter bei unten, wenn ich jetzt durch. Ja, okay, dann komm ich ganz. Warte, ich mach mal kurz ein bisschen lieber. Aber ich hab genügend. Ich bin weg. Hinter mir. Hab ihn. Schön. Fein. Schaden bekommen. Nee. Klappt? Klappt bestimmt. Ich glaube auch. Steve. Ja, warte mal, muss ich was ausprobieren. Ich hör was kreppeln. Ich hab schon verkackt. Vergiss. Ja, dann. Also, wenn ich das schon so höre, dann Surgeon von, äh, Blotso und Steve macht den. Ah, hm, was? Ja, okay. Hab ich das richtig gehört, oder was? Perfekt-Hembo-Code. Hidden Outplayed. Oder, weiß ich nicht. Ja, wenn das stimmt. Was hast du gesagt? Also, Surgeon von Glotzi und du bist, äh, Spy. Spy der Spy. Spy der Spy. Macht, was immer ein Spy macht. Oh, dumm Renner und Deppertzeig, hey. Was sind denn da? Ja, der eine ist ja nicht zu überhören. Ja, gut. Eee. Ich bin getarnt. Ach so, Nodon. You can't see me. I only can see you. Das hat so'n super Soto mal gegeben. Wenn ihr mich nicht sehen könnt, kann ich, Arnabert, wenn ich euch nicht sehen kann, könnt ihr mich auch nicht sehen. Aber sprechen könnt ihr das Fahrrad, ja. Super. Das geht da in der Lobby schon wieder ab. Also, also. Also, also. Bringt's ja gar nix, was ich gerade tue. Ach, Glotzi, ich möchte Fahrstuhl fahren. Da. So richtiges Jahrmarktkind. Ja. Ja. Na richtig, was? Oh, Joker. Döp, 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 scheisse. Döp, 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 döp. Kacke. Äh, wo die Joker-Karte ist, der schießt drauf. Also auf... Was bringt das denn? Joker tot. Wunderbar. Hä? Was bringt den auf die Joker-Karte zu schießen? Na, du hättest... Ja, wenn du das eh drückst und dann wird es angezeigt auf die Joker-Karte. Ja, aber das ist doch nicht schießen. Nein, wenn du die Joker-Karte aufhebst, als Polizist, kriegst du den Joker gepinkt. Ja, das weiß ich. Ja, aber das ist ja nicht drauf schießen, das ist ja aufgeben. Du hast gesagt schießen. Ja, weil die Joker-Karte schon einmal aufgeblinkt ist. Achso. Der Steve hat zum ersten Mal schon die Joker-Karte aufgekommen. Ja, okay. Ist ja super, wie Klotz einfach denkt, dass ich hinterm Mond wohne und nicht was. Dass ich meine Joker-Karten aufhebe, dass mir schon gepinkt wird. Eini, was ist los? Ich walk in the park. Kann mir das hiermit erklären, wie das eh passiert ist? Nein, aber ich kann dir erklären, dass das ein Short wird. Ein was? Ein Short. Achso. War ich schon wieder blind? Achso. War ich schon wieder blind? Das war schon draußen. Nein, nein. Er ist draußen gestanden. Dann dort. Ist einer da. Ist einer da, ist er gestanden. Genau. Und ihr standen beide in der Läufe und beide seid ihr einmal an mir vorbegegangen. Weil ich hab mir gedacht, wie da rein gerennt bin, dass da irgendwo irgendwer gestanden ist. Aber der war dann schon weg. Steve, wann hast du eigentlich deine Weste verloren? Gute Frage! Hört wahrscheinlich aus, dass er sich umgezogen hat. Oder er ist einmal runtergefallen. Ich hab auf mich geschossen. Kann sein, dass es auch das war. Möglich. Du hast ja auf mich geschossen. Nein, das kann auch sein, ja. Ja, ich hab mich schon ein bisschen gewehrt. Also. Ja, sorry. Okay. Ist okay. Ich muss mal in der FK. Ja. Das ist ne Falle. Ja. Steht am Wehen und am... Du wirst einfach... ...hinter die Stick abballert. Ich hoffe, er sagt aber, wenn er tut, dann ist er voll gut zu. Ich hoffe, er sagt aber, wenn er tut. Bei halt. Ha. Ha. Ist okay mit dir. Hat sich auch geknickt. Wahrscheinlich nicht. Ha! Ha! So. Alter, ich hab mein... Euler.exe stopped working. Meine Arme tun weh, meine Unterarme, weil ich mir meine Bänder überdehnt habe. Deswegen, ich mir nicht mal meine Kopfhörer mehr aufsetzen kann. Hast du die Mars zu weit wie ein Bildschirm gezogen, oder was? Nein, im Schulsport. Ich weiß auch nicht, wie ich's gemacht habe. Wir haben... Finden wir sie fix gerade. Finden wir sie fix gerade. Ich hab mir eine... Oh, da bin ich dabei. Da sind wir 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 auch noch, oder? Ich spri. Ich spri. Ich spri. Nein, passt schon. Ich bin versorgt. Was steht denn da? Warning, Security Cameras in Operation. Alarm. 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 Achso. Ja. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colombia. Wer von euch drei waren das jetzt? Hier standen drei Leute. One. Irgendwer hat sich selbst vergiftet. Auch interessant. Sensor. Wie? Die Polizei hat sich nicht vergiftet. Was? Rechts ist gestanden Giftsensor. Ohne irgendwen davon. Er ist an meinem Gift gestorben. Oder irgendwie. Irgendwie. Irgendwie habe ich gerade eine Explosion komplett gehabt. Ne? Ich habe von sich. Ich bin einfach nur ans Fenster gegangen. Wollte rausschauen. Äh. Danke. Ach. Wirklich. Hier. Wenn du schon so im Fuß tropst. Lauf. Jung. Komm. Und tschüss. ao. Auch immer der einzigste bist der. Da ist... Da war gerade noch mehrere Luft. Ja gerade eben, ne? Kann man nichts machen. Darum ist nicht. und der dahinten rennt unter lobby jetzt musste heute da stehen da außen ist geld runter geschmissen worden nicht wenig glaube ich dass ihr es wisst und die bläde leiche oder wo siehst du ist ort copy sie kommt zur verstützung wer problem bro wer ist ihr problem problem hier der grüne es ist immer der grüne hier ist das gleiche vorsichtig kommt noch über das auto gehett schottet alter bank innen in den bank er schon kurz verstärkung worden ich bleibe hier unten ist jemand was tut das weh weiß ich nicht oder gibt es nicht spüren nichts mehr seit ihr bilder hat den portkopf die sie gerade erschossen oder und ich bin tot leuchtet mir rein zu gas was ist das ist ja was ist da los hallo was ist hier los und wenn ich der einzige ich brauche mehr verstärkung die botarmee auf die grund zu ziehen gebab meine fresse bist du dumm die versenkt alles von dir ab ja es ist denn mit den ich will ja nicht sagen aber also das ist ja kulinarisches meisterwerk ich höre da draußen jemand laufen lol so bot copy sie kommen mit du gehst nach links ich gehe nach rechts auf streife in der potkopf war easy hat also steve hat es beim bot noch schwerer als bei mir aber beim bot fällt da eher noch auf das ist jetzt nett aber nein ich glaube das geht steve ich glaube ich schien dass es raus kurven muss ja was ganz schlecht da steht am auto springt herum Perfekt.